Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Watch Dogs. Wir verfolgen gerade Bad Bug, oder Bad Bug, wie seine Oma sagt. Das ist ein verficktes Problem. Okay, okay, okay. Erzähl mir, was du weißt. Hoffe, das ist es wert. Ist ganz simpel. Die werden dich runter zu den Bricks rufen und da wirst du dann umgelegt. Das ist doch scheiße, Mann! Wow, hey, hey! Was machst du denn, Mann? Wir sollen Rabbit bei der Flucht helfen, alles klar. Verfickt, Mann! Rabbit will Irak beklaut. Wenn ihr das Feind seht, knallt ihn ab. Wim raus, Friesen. Ihr macht das. So, dann rufen wir ihn doch mal an. Was liegt im Ding? Okay, dann rufen wir ihn mal an. Wer bist du? Der Typ, der deinen Arsch gerettet hat. Ich kann noch mehr tun, wenn du kooperierst. Wo sind die Bricks? Okay, bring mich erstmal hier raus. Dann sag ich's dir. Okay, pass gut auf. Okay, wir müssen ihn rausbringen, nämlich darin. Diesen scheiß Kerl Burg werde ich umlegen. Dann beweg dich doch mal. Los, los, Kopf runter. Das gelangt nicht. Los, schnell. Dahin, 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 dahin. Fuck. Scheiße. Scheiße. So, wollen wir Spaß haben? Ich denk schon, oder? Nee, wir rennen lieber weg. Ja, eigentlich sollte er überleben. Aber, ja, ich hab da ein bisschen nicht aufgepasst. Egal. Es muss ja trotzdem weiter gehen, die Mission, ne? Die Entwickler werden sich da schon was gedacht haben. Dieses Fußvolk bedeutet Irak nicht viel. Aber eine Gang kann sich keine Schwachstellen leisten. Das hab ich schon oft gesehen. Wenn die nicht liefern, dann werden sie kalt gemacht. Aber wenn Bad Buck überlebt, zeigt, dass er es drauf hat. Wart Irak nicht nur sein Gesicht, er wird ihn umarmen. Mit ihm angeben. Skillpunkt. Yay, wir haben zwei Stück. Dann hauen wir doch mal in Kampf. Was ist das? Verbesserter Fokus, ja. Genommen. Klingt gut. Kann man gut bekommen. Gutes Timing. Dein Schatz Maurice jammert mich ständig voll. Er meint, du verstehst alles falsch. Er meint, er wäre reingelegt worden. Jamma, jamma, buh. Hey, darf ich ihm ein paar Löcher in die Kniescheibe machen? Nein, darfst du nicht. Du bist so berechenbar. Hab ich dir nochmal einen Gefallen-Tour? Apropos. Du brauchst einen Gefallen. Ich lege einen Hinterhalt. Und du musst mir Sprengstoff besorgen. Kriegst du das hin? Ich kann alles. Will ich es machen, lautet die Frage. Oh, warte. Oh, warte, ja. Weißt du was? Das passt super. Ja, ich sammle nur noch schnell die Jungs ein und treff dich dann da. Raus sofort. Ich schnapp mir jetzt das Auto, weil ich mich dann sowieso teleportiere. So. Auf Spaß an der Freude. Ja, das ist glaube ich am nächsten. Ich bin echt ganz froh, dass ich die CTOS-Türme und die ganzen CTOS-Systeme schon freigeschalten habe. Das erspart uns jetzt wirklich eine Menge Zeit. Und da ist irgendwas. Der Blickhaut von 2003 war eine Warnung. Die kritische Infrastruktur der Stadt gehört in eine demikalisierte Zone. 11 Menschen starb, weil die Stadt die Kontrolle abgab. Ein Hacker zeigte die Schwachstelle im Netz. Hacker Raymond Cannon ist ein Held. Kein Terrorist. Chicagos CTOS ist angreifbar. Die Bürger sind angreifbar. Über den Kontrollen. Ja, ihr habt gerade gesehen, was ich für ein Blödsinn gemacht habe. Ich kann nicht mal über den Kontrollen fahren. Und ja. Mehr sage ich jetzt einfach mal nicht dazu. Mehr brauche ich auch nicht dazu sagen. Wir fahren jetzt hier mal so vorbei. Vielleicht auch nicht. Ja, manchmal wäre es vielleicht nicht schlecht. Wenn man sich einen Wegpunkt setzen würde, dann hätte man es auch im Navi. Aber ich sehe aber gerade, das ist ja ein Eingang, jeder. So. Mission starten. Viel Spaß. Hey. Ah. Was ist das? Komm rum, dann siehst du es. Äh. Sag ich ja. Ich bring die Jungs mit. Oh, Himmel. Ich dachte, du meinst den Sprengstoff. Dann hätte ich gesagt, ich bring die Mädels. Aber die habe ich ja auch. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Ich habe gehofft, du könntest die Jungs irgendwie in eine Gangschießerei verwickeln. Ich habe ein paar offene Rechnungen und du schuldest mir was. Ich schulde dir gar nichts. Gib mir das Zeug. Ich brauche irgendwas, was ich tragen kann. Fein. Die zwei Sackraten sind noch übrig von einem Job für diesen Gabuna. Hätte es sehen sollen, wie die mich ausschalten wollten. Ich fahre dieses Monster von Muscle Car. Direkt aus den 70ern. Du weißt noch, als auffällige Verkehrsteilnehmer einfach nur raudig. Dann los. Ja, also? Diese Genies hier dachten, sie rammen mich mit so einer albernen, umweltfreundlichen Plastikkachel. Aber das Ding machte nur... Ding! Und prallt in eine andere Kache. Hier, halt mal. Super. Danke. Das hier hatte ich für dich. Eine Haftbombe. Hm? Sie haftet. Cool, oder? Hm. Also, die beiden Idioten sitzen im Auto und jammern und flemmen. Total fertig. Und ich weiß nicht, ob ich sie auslachen oder anschreien soll. Irgendwann ziehe ich meine 45 und schieße sie in ein paar Löcher an ihre Fettfressen. Also, das habe ich. Du... Kannst das für mich erledigen? Niemals. Oder wir machen es so? Ja. Genau so eine Art Proberunde. Was sagt ihr, Leute? Proberunde? Perfekt. Super. Ich brauche keine Proberunde. Nein, lass mich erst mal ein Stück weg. Geordi! Ha, ha, ha. Der Geordi, der ist lustig. Dann brauchen wir jetzt erst mal USVs. Die da. Äh, ja. Schmeißen den mal so ein bisschen auf die Heck. USVs. Unkonventionelle Sprengverrichtung. USVs sind fernggezündete. Haftende Sprengverrichtungen. Rüsten Sie eine USV im Waffenrad aus. Halten Sie G gedrückt, um da mit zu zielen und lassen Sie los, um sie zu waffen. Drücken Sie Letterste, um einen Wurf abzubrechen. Halten Sie Q, um die USV zu zünden und benutzt die USVs, können Sie wieder aufsammeln. So, bevor wir die Sprengen nehmen, nehmen wir da mal ein paar mit. Das ist, glaube ich, sicher da. So, ein Stück weg und... Arm. Kann es sein, dass ich gerade mein Motorrad mit hochgejagd habe? Ja. Aber hier steht ja noch eins. Was zur Hölle? Das Ding explodiert auch noch. Geh doch weg da. Tor auf. Das fällt dann ja auch gar nicht auf, wenn mein... Die Überwachungskameras laufen sicher noch. Fällt wahrscheinlich gar nicht auf, wenn mal mein Motorrad steht. So, hier habe ich ein Audiolog gefunden. Iraq hat die Wies in zwei Gruppen eingeteilt. Wir halten seinen Scheiß am Laufen und haben zwei Auswegen. In die Kiste oder in den Knast. Aber sein engster Kreis da oben. Die sind dicker, Mann. Die haben einen Fluchtplan. Die haben das Geld. Und die Geheimnisse. Und kümmern sich den Scheiß darum, was mit uns passiert. Ich muss da irgendwie rein. So, ich stelle mal ein bisschen was her, dass wir auch wieder was sammeln können. So, alles voll. Gut. Dann rüsten wir noch die USVs aus. Und dann benutzen wir mal die Kamera HDD. Uh, Sprengferling. Geil. So, wir haben zwei Minuten Zeit, um Sprengfallen zu legen. Hier sind Zigaretten. Hier sollte ein Auto stehen wahrscheinlich. Das können wir dann auch sprengen. Dann hier ist ein Wachbusten. Den legen wir mal hier hin. Also, was wir so gesehen haben, wird da ja übergeben. Das heißt, einer steht links, einer steht rechts. Dann brauchen die anderen ja auch noch ein Auto. Die Autos kommen von beiden Seiten. Dann da steht auch noch einer. Eigentlich habe ich ja genug. Kann ich noch welche herstellen? Ja, ich kann noch zwei Stück herstellen. Das heißt, ich schmeiße auf der anderen Seite auch noch welche. Zum Beispiel. Ich habe noch Zeit. Hier. Das wird mir gerade ein bisschen den Arsch retten, weil das letzte Mal hatte ich nur vier Stück. So, und jetzt brauchen wir bloß noch einen Aussichtspunkt. Also, ich war da oben. Das war eigentlich gar nicht so schlecht. Aber am liebsten wäre ich natürlich da auf dem... auf dem Ding und fahre da rüber. Nee. Nee, ich bleibe hier. Da habe ich alles im Blick. Setze mich da so schön hin. Sehe die ganzen Bomben, die da sehe ich. Die da sehe ich. Die da hinten sehe ich nicht ganz. Den Gabelstabler kann ich mal runter tun. Und stört mich das nicht. Dann die Bombe sehe ich. Die Bombe sehe ich auch. Die auch. Okay. Die Weißrois näher an sich. Auto Nummer 1 ist da. Nummer 2 auch. Wie erwartet genau an den Stellen. Wäre ja auch ein bisschen schwer, wenn wir es nicht wüssten. Oh, leck mich doch fett. Jetzt haben die Diener mitgebracht. Vor allem, dass die die Bomben nicht sehen. Das ist... Ja. Mach dich bereit. Bad Bug muss gleich hier sein, Mann. Mann, der Boss will seinen Cousin umliegen. Was geht dich das an? Wenn Bad Bug sich wehrt, würde Irek das nicht machen. Na, dann sagt das Bad Bug. Vielleicht wehrt er sich gegen dich. Dann lebt B und dein Arsch ist tot. Ich wollte ja nur sagen, der Fettsack muss nicht sterben. So, aber bevor wir die hochspringen, mache ich noch einen Cut und ihr seht es erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.